So, und willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Folge 10 mit den Solo-Adventures und zwar mit Next Wormers. Wir sind, glaube ich, beim Endboss angekommen und bei den Vier Reitern müsste das sein. Gehen wir mal rein und schauen. Baron Totenschwur gibt es dann als Karte. Könnte ganz nützlich sein, aber gehen wir mal rein. Gehen die mächtigsten unter den Todesrittern. Das sollte unterhaltsam werden. Guck mal, was haben die denn? Heldenfähigkeit zieht zwei Karten. Unheiliger Schatten. Ach du Schande. Ja, dann würde ich sagen, Let's Fetz. Ich gucke mir das Deck erstmal an, was die da so spielen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt wieder mal rein und spielen den Holy Priest. Oder wollen wir mal mit den Kriegern, mit dem Berserker-Krieger spielen. Ich glaube, das versuche ich mal. Aber bevor ich das mache, muss ich mal gucken, ob ich da den Unstable Ghoul drin habe. Jap. Der Unstable Ghoul ist drin. Nein, ich spiele ein Solo-Abenteuer. Den Unstable Ghoul. So, gucken wir mal. Wählen wir mal aus. Und dann spiele ich mal mit dem Berserker-Krieger. Den Unstable Ghoul. Da fehlt mir tatsächlich noch eine Karte, die ich so gerne hätte. Äh, zwei Karten. Bis des Todes würde ich gerne noch haben. Und natürlich den Grim Petron. Garosch gegen die Vier Reiter. Wir werden eure Knochen zu Staub zermeinen. Okay, einstelbe Grün ist schon mal gar nicht so schlecht am Anfang. Inner Rage. Ja, nehme ich so, wie es ist. Ach du Scheiße. Na, das ist ja Kacke. Feht da nicht einer? Ach so, da war ein Totenschwur. Okay, das ist interessant. Sehr interessant. Vier Reiter auch ein Kampf, den ich sehr, sehr gemocht habe in World of Warcraft. Ah. Den Unstable Ghoul will ich eigentlich jetzt noch gar nicht ausspülen. Den Unstable Ghoul nicht ausspülen. Ich bin vier Mana eventuell. Aber ich habe ja noch einen zweiten. Du, mein Arsch. Dann werde ich, glaube ich, den Armani-Berserker spielen. Oder ich spiele mir den Accolade of Pain. Accolade of Pain. Ich glaube, ich werde mit dem Armani-Berserker anfangen. Umse. Ein Lebenspunkt verringert. Oh Scheiße. Das ist natürlich Kacke. Das... Kümmern wir uns mal um Blymox. Und dann... War's das erstmal. Mal Wundenklinge. An der Stelle vielleicht doch besser mit dem Holy Priest zu arbeiten. Hinrichten. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Spiele mit dem Accolade of Pain. Und dann einen Schaden zu... Das war's. Wirbeln... Das ist gut, dass wir einen Wirbelwind jetzt haben. Anstable Ghoul schon wieder. Und Togen. Schon wieder ein Siegwirt. Lieber nun. Aber ich glaube, ich spiele jetzt erstmal... Ich spiele es glaube ich erstmal so. Und dann werde ich... Sierlik töten. Ah, okay. Da kommt wieder. Weihe. Bin ich gar nicht mal so lustig. Langsam wird's nervig gegen die beiden. Oh, da kommt der wütende Berserker. Das ist gut. Den kann ich jetzt mit dem... Unstable Ghoul spielen. Kann ich ihn vielleicht sogar schon finishen nächste Runde? Wenn ich Glück habe. Sehenfeuer. Du Sack. Du verdammter Sack, du! So ein verdammter Dreckskerl. Warum? Daher Wolf Alpha. Jetzt nicht so die Karte, die ich gerne sehen hätte wollen. Ich glaube, ich werde den einfach mal weghauen. Ja! Ja! Ich glaube, ich habe hier in den tobenden Wolken. Können wir jetzt noch reinhauen. Du verdammter Sack, du! Frostbord. Bin ich gar nicht mal so lustig. Da muss unbedingt die Waffe loswerden. Einmal kann er noch. Sturmangriff. Das bringt mir nämlich gar nichts. Sturmangriff. Das ist was. Oh, fuck. Oh, fuck. Hinrichten. Nein, warum? Warum kriege ich denn jetzt eigentlich... Ich will doch keine Zauberkarten haben. Was soll denn das? Was soll denn, ihr Quark? Jetzt sitzt der Weiher. Er wird echt nochmal knapp hinten raus. Ja, gut. Aber ich habe ihn. Sehr schön. Uh! Das ist nochmal richtig knapp geworden. Das Militärviertel hat versagt. Die Miliz ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ja, heutzutage kann man sich auf keinen mehr verlassen. Ah, der Todeshurst. Nicht so eine spannende Karte. Ehrlich gesagt. Aber für drei Männer ein 2-8er. Und Baron Totenschwur bekommen. Klassenherausforderung für den Schamanen und für den Hexer. Da will ich doch gleich mal reingucken. Was das ist, so nächster Flügel ist dann das Konstrukteureviertel. Und da gibt es den Mad Scientist, den will ich gerne haben. Das ist eine gute Karte für den Magier. Und gucken wir mal an die Herausforderungen. Die werde ich natürlich auch spielen. Hier ruhig werde ich mich auch mal ranwagen. Aber ich glaube, da sehe ich nicht viel Land. Gucken wir mal rein. Giftsame, nicht so spannend. Beim Mage, duplizieren. Das könnte nützlich sein. Beim Hunter, das ist eher Schwachsinn. Reinkarnation ist jetzt auch nicht so spannend. Der White, äh, White Calder. Das könnte ne interessante Karte werden. Aber das werde ich, glaube ich, dann danach erst spielen. Wenn ich dann, äh, wieder genug Gold zusammen habe. Na gut, ähm, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns, äh, hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Wenn es dann wieder heißt, äh, Next Remus Solo Adventure Hearthstone. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!